Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Together mit dem lieben Patrick, der hier irgendwo rumrennt. Hilfe, 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 Hilfe. Da war, da war ein Skelett. Schön für dich. 18 Glas, juhu. Blub, 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 blub. Oh, ist doch hinne hier. Glas, zwölf Stück habe ich hier so. Nein! Nein! Zwei Stück einfach so kack verbraten, in dem ich falsch gebaut habe. Und weißt du, wie viel wir noch brauchen, Glasstücke? 250.000, 390.000. Zwei! So. Ist doch schön, oder? Ich habe jetzt die Müsse markiert. Gut. Und ich habe Kaktusse, äh, Kakteen. Du hast Kaktusse, die Tussen, wie Tussen herum. Ich baue hier gerade wieder eine Runde aus. Muss ja gut sein, unser Schlafzimmer. Also, äh, getrennte Wetten und so. Aber, muss ja toll sein hier. Zum Schlafen. Ja. Boah, 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 diese, boah, diese Ruckler hatte ich gehabt. Boah. Wieso hast du die Ruckler immer? Nee, weißt du, ich wollte das hier so. Hm? Wieso hast du einfach immer Ruckler? Ich würde mal sagen, zockst auf den PC, dann hast du die nicht mehr. Ich habe einen kacken PC. Das gebe ich doch nicht, mein Laptop, mein Notebook ist kacke. Also, ich muss schon sagen, Gaming geht mit meinem Notebook gar nicht, das kann ich schon sagen. Aber, hochladen, hochladen geht toll, sehr toll. Ich hatte gestern sechs Parts innerhalb von drei Stunden hoch, oben. Das sind etwa zwei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Gigabyte in zwei Stunden oder so. Nein, drei. Drei Stunden. Ja, aber weißt du warum? Du hast sicherlich eine 100.000er Leitung, oder? Ich kann aber 100 MB pro Sekunde oder so etwas. Ich habe eine 50.000er Leitung. Keine Ahnung, ich kenne die Namen so nicht aus. Ich weiß einfach, dass ich von Swisscom, ja, Schweiz Swisscom ist Logo. Ich habe Cable. Der größte müsste, den es gibt. Dann ist Logo. Aber trotzdem habe ich gute Internetverbindungen. Willst du mal schauen, was in unserer Hütte ist? Komm mal her. Schau mal da hinten. Eingangstür. Eingangstür. Da, Eingangstür. Was ist da? Wie kommt der hier rein? Keine Ahnung. Ich packe jetzt mein Schwert aus. Nein! Wo ist er hin? Wo ist er hin? Der ist vor der Türe. Oh, kack, Noob. So ein Cheater, ey. Ah! Sorry! Alter! Hihi. Das passt hier, wenn man einem zu nahe kommt. Musste das sein. Und ein Versicherungsmarm. Ich habe heute in der Zeitung gelesen, dass, ähm, dass, äh, so ein Deutscher oder so, ähm, ne, ich war nicht heute, aber es war nicht die heutige Zeitung und so, äh, dass irgendein deutscher Ding, äh, so, äh, Match oder so, Athleten aus Kenia und weiß der Geil was, einfach aus Afrika, äh, nimmt und die dann nach Deutschland holt und die dann so Turnieren und so teilnehmen können. Wer? So ein Deutscher, keine Ahnung, wie der heißt. Hatte ich heute morgens um halb sieben überflogen. So, du hast noch Zeit zum, zum, zum Zeitung lesen, ich lese gar nicht mehr Zeitung. Ja, äh, anstatt, äh, zu morgen essen, lese ich Zeitung. Ist einfach spannender. Ja, nee, ich kann, ich kann morgen auch nicht essen. Am Morgen, wenn ich arbeiten gehe, kein, geht nichts rein. Das geht einfach gar nicht. Auch, wenn ich Schule habe, wenn wir, äh, wo? Ja. Ein Ende, eine Händeperle habe ich. Wow. Aber das Beste ist, wir gehen ja in die gleiche Schule. Ja, und ich habe gehört, ÜK2, Übungs, Dingsbums, da haben wir zusammen. Bist du im Schindler-Bahn? Ja. Nice. Hab ich denn alles mit dir? Hoffentlich. Wer weiß, vielleicht, vielleicht auch nicht mehr, du weißt ja warum, oder? Ja, ich weiß, warum. Eben. Aber das kann ich dir erst nach, ÜK2 ist ja nach den Ferien. Wirklich? Nee, Dezember oder so. Echt? Mir wurde gesagt, Dezember. Hab ich den ÜK mit, äh, in diesem Betrieb. Ja. Ja, Dezember. Nur die, die es nicht wissen, ÜK bedeutet überbetrieblicher Kurs. Hat dich schon in meinem Minecraft-Video erzählt. Wahrscheinlich. Guck doch einfach mal in meinen Let's Plays. Mann, ey. Du Aufrufgeiler. Ja, stimmt doch, Junge. Ich mach so tolle Videos und dann guckt niemand. Ja, der Till hier, der Till hier, der ist recht, der will möglichst viele Aufrufe bekommen. Echt, ey. Jedes Mal kommt er zu mir. Ey, ich hab neues Video, ey. Dich, Sack. Weiß ich doch, ach, ich hab dich abonniert. Hohoho. Wer gehst du? Abonnenten, geiler Sack. Gebrauchen auf Holz. Hast du das überhaupt mitbekommen, dass ich früher schon mal Let's Plays gemacht habe, bevor ich mit dem ULW Klein Gaming gestartet habe? Hm, nicht so wirklich. Wieso? Dort hab, dort hab ich noch mit der Webcam aufgenommen meine Stimme. Webcam? Ja. Du, du wirst nicht, du willst nicht wissen, wie ich mein erstes Let's Play aufgenommen habe. Wirklich mein allererstes. Mit so einem Schrott-Mikrofon? Da hast du im Hintergrund alles gehört. Alles. Wirklich alles. Und, äh, die Videoqualität zuerstens. Irgendwie hab ich dann ein Bearbeitungsprogramm genommen, das, keine Ahnung, dann hat Ton und, äh, Bild nicht zusammengepasst. Irgendwie so um zwei, drei Minuten nicht, weißt du? Und, äh, plötzlich war der Bildschirm eingefroren und, keine Ahnung, wat. Und, das war mein erstes Video. Aber, war dann auf 1080p. Mein erstes Video war auf 240p. Das ist irgendwie komisch hier bei, bei, bei Skyrim. Die ersten 40, 50 Parts hab ich 1080p gehabt. Dann hab ich irgendwie, weil es, äh, ein bisschen viel, hab ich gedacht, hatte ich noch einen anderen PC, äh, hab ich, äh, eben das auf 27p runter gemacht, weil einfach die Datenmenge zu groß war. Dann hab ich mir einen neuen PC gekauft. Und, ab dem mach ich alles auf 1080p. Ich muss dazu sagen, ein paar Videos, äh, so 5, 6 sind noch Originalqualität. Also noch höher. Wie geht denn das? Äh, 4K kennst du? Nee. Äh, etwa 2400 Pixel. Anstatt 1000, äh, 90. Ach sooo, das wusste ich hier wirklich nicht. Das macht der Ronk immer, Mann. Der, 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 der unendliche Minecraft-Ratsplayer. Der hat doch HDD+. Eben, mein ich ja. Schön machst du die Wände. Lass das hier so mit dem Ranken. Oder hast du eine Schere? Kann ich machen. Geschwind. Weil, dann kann ich die Ranken abwerten, damit wir das hier als Dekoration benutzen sollen. So, hast du hier eine Schere am Boden liegen. Die sieht bei mir aus wie so eine Kackwurst. Nein, das hab ich jetzt nicht sagen. So wie eine Handarbeitsschere. Oh, cool. Ich hab's mal einfach alles, alle, ähm, Holz, die ich hatte, wenn es Dix gemacht. Ähm, und was ist denn, wenn wir normales Holz brauchen? Keine Ahnung. Nein. So. Der Wand fehlt noch was. Weißt du was? Ich hab irgendwie ein bisschen viel... Kannst du Spitzhacken gebrauchen? Danke. Ich hab ja da 40, 50 gemacht. Ah, warum machst du so viele? Ich steck sie in die Truhe. Und dann ist's fertig. So, Sil... Wir brauchen wirklich noch Holz. Mann. Ach so, ich geh mal hier ein bisschen Minen. Also ich probier's. Und ich muss Holzacken gehen, denn wir haben nix mehr. Und es wird ja Nacht, Junge. Weißt du was? Ich geh jetzt auf die große Tour und werde mir ein paar Schafe besorgen. Ich hab jetzt ne Schere. Gut. Okay. Bis... Dann bis nächstes Jahr. Jo, jo, ist gut. Na, Chicken hab ich schon gesehen, dass sie selbst krepiert. Das müsstest du mal sehen hier. Den Kopf... Chicken. Den Kopf in... in den... in die Erde gedrückt. Mach jetzt nicht mehr. Das machen doch die Straußen immer. Ja... Du... Eine Frage. Wenn du an so einem Strand bist, FKK-Strand, und du so ne Beule in der Hose kriegst, was machst du mit dem? Alter. Ist das jetzt wirklich nicht dein Ernst? Naja, bin... Äh... Ferien machen ein bisschen blöder, weißt du? Ja. Ähm... Schau mir jetzt mal so. Man geht erstens gar nicht mal dorthin. Aber hast du gewusst, wenn man da hingeht? Scharf gefunden. Dann... Äh... Muss man sich ausziehen. Man darf nicht als gekleideter Mensch da hingehen. Kack. Du willst sagen, du hast Erfahrung damit, oder? Nee. Mann... Man liest halt Zeitung und so, weißt du? Ja. So. Hinne. Ich baue jetzt mal für das Schaf ein bisschen Erde. Damit ich dann hier satt essen kann. Hallo? Bist noch dran, Junge? Der hat sich wohl verabschiedet. Ach nee, ist sie wieder da. Schau mir mal an. Was musst du gerade tun? Öh... Wo haben wir... Zwei Wolle! Was ist denn mit dir, Patrick? Ach so, ich muss essen gehen gleich. Ach, jetzt erst? Ja. Wie jetzt? Jetzt... Boah, ey, Junge. Wie lange hast du denn beim Essen? Ja, weißt du? Ich bin ja jetzt spät nach Hause gekommen. Das ist... Wann? Chicken! Äh, nur Frage. Wie lange? Also, wie lange noch? Wie lange denn noch? Da kann man gleich schauen. Äh, drei Minuten. Okay. Dann gehe ich gleich. Ja, gut. Und wir haben Evil Chicken im... Becken des Wassers. Äh, ich habe wohl so einen Strand gefunden. Essen hast du... Äh, äh, essen dabei. Habe ich ein... Mann! Ah, ne, ich habe zwei Keulen. Ist doch gut, oder? Wie viel bringen die einem so? Gar nicht viel. Keulen bringen einem gar nichts. Beim Essen. Ich baue mich hier gerade rauf. Auf den Hügel wieder, um zu sterben. Und... Und... Setzling gefunden. Und ich hoffe wohl, ein Schaf ist wieder unterwegs, denn... Ich würde gerne... Ich würde gerne... Endlich mal pennen. Hier in Minecraft. Oh, ey, das ist doch nicht zu fassen. Dann muss ich hier wirklich durchgraben. durchgraben okay nur ist ich bin ganz oben auf dem Dach Prozent zu leben zwei Minuten auch Juli oder hat sie verabschiedet die zwei musste nur dann bis zum nächsten Mal bis nachher oder so wie viele Minuten hallo und wie viele Minuten noch also wie viel hat sie zu messen zwei oh schade zehn Minuten das reicht dann ist wieder gut okay dann bis dann ja bis dann creeper alarm oder auch nicht immer dieses ganze ich hab fleisch gefunden fleisch gefunden lalalala wir können essen und Patrick er muss essen gehen wie ihr vielleicht mitbekommen habt und ich habe gerade ein Schaf gesehen so ein Schaf das ist nämlich gut denn wir zwei der sich gerade verabschiedert und ich brauchen Wolle fünf Wolle was pinke Wolle das Schafe nicht mal veräppeln pinke Wolle jetzt kann ich gleich die Nüsse einziehen Junge so wir haben hier noch ein paar Kakaobohnen wir haben beraten können und dann machen wir nichts raus denn wir sind auch zu zu gering zu gierig ich frage mich echt was ich hier mit dem Weizen nach vorne anfangen soll irgendwie wachsen ist alles hier ein bisschen blöde holz 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 ich bin hier um Holz zu sammeln ich habe kein Haus geholt ah was für ein Mist Junge ist das Einstieg einfach so blöde, blöde, blöde wir haben sieben Sätzlinge und brauchen sie nicht denn wir sind zu also blöde blöde, blöde blöde, blüde, blöde. bla 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 ha und bla hier kann keiner wachsen bisschen freilachen hier die ganze bude dann bla 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 und fertig so wir haben jetzt weizen hier ein haben wir wieder zwei jamba gut vergrößern was ding hier ein bisschen dann können wir mal wieder richtig angehen an die ganze sache hier und das ist es auch was ich hier will so nein eins zu viel gemacht junge dann jetzt diesen paar tieren das wollte ich nicht natürlich gar nicht wenn die dazu blöde hier um zu basteln wenn man sich so klub klub und das hier dass das und das so das wäre es wieder mit heute und ich würde sagen ja viel spaß 1 will ich noch machen und wenn man dann war kein holz ich doof trottel habe kein holz 1 reich nicht 1 reich nicht kommen das machen auch in dieser folge und dann hören wir auf das ist schicht für heute man spielen dieses holz haben so junge 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 so ich brauche noch ein holz und da sehe ich ein creeper ein holz nur ein holz und dann werden wir fertig hier und da kann ich mal aufhören dieses let's play zu spielen ein holz bitte gott sagen wir jetzt dass es hier holz gibt natürlich gibt sie holz wieso nur immer ein block pro pro baum oder was der will mich hier wirklich verarschen junge der baum die rauf so haben jetzt nein ich habe holz hier so es gehen zu der werkbank und dann hören wir auf sonst wissen wir noch zu lange kommen zur werkbank schreiten war so holz haben wir genug zwölf reich doch für ein bett und wohne hin wohne da und wir haben zwei wetten und somit würde ich sagen für heute war es wieder mit let's play minecraft together mit dem abwesen patrick ciao zusammen hier tschüss